Musik An die Smarteste Community auf YouTube Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Und heute dritte Episode Build Your Team Und natürlich haben wir heute wieder zwei Spieler im Team Die ihr reingebordet habt Deswegen bleibt unbedingt dran bis zum Ende des Videos Denn da gibt es wieder zwei neue Abstimmungen Ich bin auf jeden Fall gespannt Wen ihr wählen werdet Und heute kommt ein richtig starker Innenverteidiger Und ein richtig starker linker Flügelspieler bei uns ins Team rein Passt von der Chemie nicht ganz so sehr Die wird wahrscheinlich runter gehen Ihr seht schon Chemie 59 ist nicht so überragend Aber das ist ja auch erst die dritte Episode Und ich bin relativ gespannt wie das Ganze aussehen wird Bevor wir die Spieler zeigen Jetzt wenn ihr Bock habt und euch das Video gefällt Beziehungsweise das ganze Format Gebt gerne einen Daumen nach oben Lasst gerne einen Like da Na 2000 Likes Machen wir 1500 Ja die Smagsy Army kann das Im Übrigen Ihr seht es schon Merch ist online Checkt das unbedingt ab Gamescom ist spezial Also haut in die Tasten Und kauft mein Merch Jetzt gehen wir aber rein Zu den zwei Spielern die ihr entschieden habt Denn es ging einmal um den rechten Innenverteidiger Und zwar Lund geht raus Und dafür kommt einer rein Der leider leider keine FUTI Karte bekommen hat Sondern sein Partner Und zwar Bayi Erik Bayi kommt als FUTI Karte trotzdem hier rein Ihr seht schon Anzahl hat schon mindestens ein Spiel Hat er schon gespielt bei uns Und als linker Stürmer wird bei uns reinkommen Ja Muniain Komplett andere Liga Ja Somit haben wir jetzt mindestens schon drei richtig gute Ligen Bei den Goldspielern zumindest Muniain kommt erstmal ins Team Hat natürlich jetzt keine gute Chemie Ja mit zwei Chemie Wir suchen uns jetzt einen Gegner Ja Einen von euch Und dann sehen wir uns direkt wieder beim Spiel Und dann geht es weiterhin zum Verstärken des Teams Und ich hoffe natürlich dass wir Bayi und Muniain behalten dürfen Weil sonst wäre es bitter Let's go Auf geht's Ab geht's Gegner ist gefunden Ja mal gucken mit was er für ein Team kommt Ja sieht nicht schlecht aus Muss man wirklich sagen Was ich mir ganz gut vorstellen könnte Das ist die gleiche Aufstellung Wie man sie bei einer SBC braucht Ich hoffe Er bricht jetzt nicht direkt ab Ja Das ist mir jetzt schon zweimal passiert Ich hoffe dass das jetzt nicht passiert Wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit Ich bin gespannt Let's go Gut gespielt Dritte Spielminute Unser Neuzugang Ja trifft Überragend gemacht Nein nicht unser Neuzugang Es war Ja das sieht genauso aus wie Muniain Es war Sammy Smodic Ja Und der hier das 1 zu 0 In der dritten Minute macht Sehr sehr wichtig Sehr sehr geil Immer weitermachen Wir wollen hier keinen abstoßen Let's go Oder doch Oder gewinnen wir das freiwillig Das gewinnen wir freiwillig Sehr sehr geil Und damit wird es wahrscheinlich Eine sehr sehr kurze Folge Vom Build Your Team werden Denn der Gegner bricht ab Wir gewinnen 1 zu 0 So muss es auf jeden Fall sein Wir machen weiter Und jetzt Gehen wir erstmal zum Buy First Guy Und dann ziehen wir ein Pack Und ich denke Rage Quit Da könnte man zwei Buy First Guy machen Also drei Umfragen Bleibt dran So Auf geht's Ab geht's Ja Let's go Ich bin gespannt Wir sind übrigens jetzt Auf unser Fatal Account gewechselt Weil wir da mehr Münzen haben Vielleicht haben wir ja ein paar Special Karten Ich mich das Ganze durch Ziehe hier auf jeden Fall Eins raus Ich bin gespannt Let's go Let's go Lass es was Gutes sein Bitte losfehlen Lass es was Gutes sein Es ist Der linke Stürmer Der linke Stürmer Muniain Der gerade getroffen hat Geht direkt wieder raus Aus dem Team Da gucken wir uns direkt mal an Wer kommt denn da rein Ja Ich bin gespannt Wir machen das in 3 2 1 Let's go Und Es könnte werden Holla die Waldfee Jungs Sterling Ja 82er Sterling Wir haben Dreimal El Sharawi Ja Dazu zähle ich jetzt einfach in der Umfrage Den 86er Dazu Son Der 78er Und Deepay Der 80er Ihr habt jetzt die Möglichkeit abzustimmen Entweder Sterling El Sharawi Die Pay Oder Son Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare Oder stimmt oben rechts in der Infokarte ab Ich bin auf jeden Fall gespannt Und damit hätten wir schon mal den ersten Spieler Ja Rage Grid bedeutet Einfach mal 2 Spieler Ja Wir werfen das Ding wieder rein Let's go Ich bin auf jeden Fall gespannt Ich bin auf jeden Fall gespannt LS wäre jetzt ein bisschen Ja Nicht ganz so optimal Auf geht's Zweites Zettelchen Was wir hier haben Ich öffne Zeige es euch Und es ist Der linke zentrale Mittelfeldspieler Ja also Bedeutet das Ed Smotic Ja Dann müsst ihr auf jeden Fall überlegen Ja Welche Spieler kommen jetzt zur Auswahl Ich bin auf jeden Fall gespannt 3, 2, 1 Let's go Und es wird werden Ja Knackig Knackig würde ich sagen Ja Also Iniesta 88er Zentrale Mittelfeldspieler Wir haben Buckley Den werde ich denke ich mal Nicht mehr in die Wertung beinnehmen Der wird es sowieso nicht werden Des Weiteren Man of the Match McGregor Wir haben Guy Oder Gray Allen Und Marquisio Also ihr müsst dann natürlich gucken Welche zwei Spieler passen zusammen Denn Es ist der linke Stürmer Und der linke zentrale Mittelfeldspieler Beide müssen wahrscheinlich Ein bisschen auf Chemie dazukommen Aber Das ist jetzt nicht mein Bier Das ist euer Bier Denn ihr könnt jetzt wieder abstürmen Rechts oben Zweimal bei First Guy Welche zwei Spieler Sollen bei uns ins Team kommen Und jetzt gehen wir direkt natürlich noch Zum Pack Zum Pack Ich bin gespannt Sets ansehen Wir gucken mal was wir für Goldsets haben Wir haben zwar noch Jugo Premium Goldsets Aber da sind meistens zu viele Spieler drin Deswegen ziehen wir wieder ein 7500 mit der Nase Ich bin gespannt Was es werden wird Es wird kein Walkout werden Aber ein seltener Spieler Das ist schon mal nicht schlecht Ein linker Mittelfeldspieler Das ist natürlich bitter Das wird Horta werden Wen haben wir noch mit drin Vielleicht noch jemand Nicht ganz so schlecht ist Der vielleicht im Gegensatz zu Horta Auch noch besser reinpasst Ja Horta De Jong Von Galatasaray Istanbul Und Britain Ja Auch ein Engländer Nicht schlecht Gering Mittel Arbeitsraten Und an doppelten Spielern Werden wir nichts weiter haben So sieht es aus Deswegen dritte Umfrage Jetzt rechts oben Abstimmen Horta Horta De Jong Oder Britain Oder Brighton Ich bin auf jeden Fall gespannt Welche drei Spieler von euch gewählt werden Ja Welche es sind Welche kommen es ziehen Dann sehen wir uns definitiv Bei der nächsten Episode Nach der Gamescom wieder bei Das ist natürlich eine Vorproduktion Für die Gamescom Und ich kann keine zwei Folgen produzieren Deswegen gebt gerne einen Daumen nach oben Wenn ihr Bock auf die Serie habt Vielen, vielen Dank Für euer Verständnis Ja Für euren Support Smacks the Army Kauft mein Merch Und ich bin raus Euer Christian Ciao 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 Ciao